Du siehst aus wie er. Stört dich das? Nein, was mich stört, ist, dass ich keine Ahnung habe, was du bist. Zwischen den Fronten. Alles, was ich je wollte, war dir zu helfen. Zwischen Gut und Böse. Wenn er merkt, dass wir weg sind, wird er wütend sein. Steht jeder Einzelne. Du wirst ihn töten. Vor der Entscheidung. John Locke war der Einzige von uns, der immer an die Insel geglaubt hat. Er war ein Nachhinein. Lost, die finale Staffel in Doppelfolgen. Am Donnerstag ab 23 Uhr bei Kabel 1. Am Donnerstag ab 24 Uhr bei Kabel 1.